Nach vorne geht es jetzt einfach darum, Punkte zu hamstern. Punkte zu sammeln, damit wir mit der Punktetrennung dann in einer guten Position sind, um in den ersten Runden im unteren Playoff dann einfach das ganze Thema im Idealfall schnell zu erledigen. Und deshalb gilt es jetzt einfach auch in den Spielen gegen WRC, Abmira vor allem, in den ersten zwei Runden einmal Leistung zu bringen, sich klar zu positionieren, auch nach außen, um dann Austria Wien und Lask vielleicht nochmals als Chance zu sehen, sich einfach sehr, sehr gut in eine gute Ausgangsposition zu bringen.